Moin liebe Lüth, Michael hier mit einem kurzen, schnellen Update. Das wird ein ganz schnell gedrehtes Video. Hier geht es einfach nur darum, ihr habt es vielleicht heute schon mitgekriegt, Amazon erhöht die Preise für die Prime-Mitgliedschaft. Und ich habe das mal schnell zum Anlass genommen, euch einen Trick zu verraten, einen Tipp zu geben, besser gesagt, wie ihr euch die aktuell noch günstigeren Preise für die Jahresmitgliedschaft noch für ein volles Jahr sichern könnt. Ich nutze Prime recht gerne, wie ihr hier im Hintergrund seht, auf meinem kleinen Mobilfernseher. Ich habe hier oben dann meine kleine Internetverbindung, das Video, wie ich das Ganze mache mit dem Streaming hier an Bord und dem TV hier an Bord. Das kann ich euch hier nochmal verlinken. Ich habe tatsächlich eine Prime-Mitgliedschaft, genieße das sehr, dass ich dann unterwegs dann auch meine Inhalte mir dann hier, sowohl auf dem Fernseher als auch, ich habe noch das kleine Fire HD-Tablet mir dann hinten für meinen Schlafbereich vor allen Dingen dann auch besorgt, aber auch für die Gelegenheiten, wo mir das zu viel Mühe ist, den Fernseher jetzt aufzubauen. Und wenn ich am nächsten Tag dann doch gleich wieder weiterfahre, dann gucke ich mir auch oftmals dann auch einfach ein paar Folgen, oftmals auch heruntergeladene Folgen dann auf dem Tablet an. Also für diesen Zweck ist die Prime-Mitgliedschaft einfach irre praktisch, dass ich das dann auch als Offline-Inhalte mir auf dem Tablet dann runterladen kann. Und wenn ich dann halt irgendwo nicht mehr so viel Datentraffic in meinem Vertrag frei habe aktuell, dann kann ich mir halt die heruntergeladenen Inhalte dann einfach auf dem Tablet angucken. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht in der Vergangenheit, das verlinke ich euch auch nochmal hier. Darum geht es heute aber gar nicht. Es geht heute eher um die Preiserhöhung und wie man da jetzt noch zumindest für einen begrenzten Zeitraum sich die alten, günstigeren Preise sichern kann. In den USA ist im Februar bereits eine Preiserhöhung um 20 US-Dollar auf 139 Dollar. Also die sind dort in der Jahresmitgliedschaft von 119 Dollar auf 139 Dollar hochgegangen. Es stand im Raume und stand demzufolge auch zu erwarten, dass dann irgendwann diese Erhöhung dann auch bei uns kommen würde. Und das ist jetzt erfolgt mit den Nachrichten, die heute verkündet worden sind. Und auch der E-Mail, die ich als Prime-Kunde heute bekommen habe, ist verkündet worden, dass die Preise auch in Deutschland angepasst werden. Und zwar zum 15. September 2022 zieht diese Preisänderung. Es gibt bei Prime zwei Preismodelle, dass man nämlich monatlich zahlt oder dass man jährlich zahlt. Es war schon immer so, dass die jährliche Variante deutlich günstiger war als die monatliche. Da hat man bislang gezahlt 69 Euro, führte die Prime-Mitgliedschaft. Diesen Wert wird Prime jetzt erhöhen auf 89,90 Euro. Das ist also eine Erhöhung um 30 Prozent auf Basis des Jahresbeitrages. In der monatlichen Mitgliedschaft, dort konnte man natürlich die Mitgliedschaft auch schnell mal aussetzen, wenn man das mal ein, zwei Monate nicht brauchte. Das ist dort auch wieder ein Vorteil. Dort wird jetzt von 7,99 Euro auf 8,99 Euro erhöht. Wenn man das auf Jahresbasis umrechnet, das sind also knapp 8 Euro bislang gewesen, das sind dann also 96 Euro im Vergleich zu 69 Euro im Schnitt gewesen, im alten Vergleich. Da konnte man schon immer sehen, auf Jahresbasis spart man sich eben auch quasi eigentlich ein paar Monate. Wenn man überwiegend das ganze Jahr über dann doch sein Prime nutzt, dann macht es schon durchaus Sinn, das Angebot anzunehmen und auf jährlicher Basis zu zahlen. Jetzt ist es entsprechend erhöht worden, eben von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Also auch dort ist 1 Euro mit dazugekommen. Man kann also sagen, da hat sich jetzt dann der Beitrag um 12 Euro auf Jahresbasis erhöht. Die Distanz zwischen beiden Modellen ist dadurch ein kleines bisschen verringert. Aber es ist immer noch so, dass die Jahresbasis, der Jahresvertrag auch zum neuen Preis einen gewissen Vorteil bringt, dass man also auch durchaus sagen kann, naja, dafür muss ich das dann nicht dran denken, das an 1, 2, 3 Monate auch mal auszusetzen, um insgesamt über das Jahr gesehen dann günstiger zu fahren. Und ich habe grundsätzlich ständig meinen Prime zur Verfügung. Ich selber nutze es recht gerne, auch für den Versand, weil ihr seht ja, ich bin immer gerne viel am Basteln und oftmals brauche ich dafür eben auch dann, gerade jetzt kürzlich habe ich meine Lithium-Batterien jetzt eingebaut. Das Video dazu kommt demnächst auf meinem Kanal. Da brauchte ich dann ganz schnell nochmal Batterieklemmen, Polklemmen etc. Das habe ich mit Amazon dann schnell rausgesucht, schnell bestellt und am nächsten Tag war das dann auch schon da. Das hätte ansonsten meine ganze Baustelle und auch meine Wochenendplanung in dem Fall über den Haufen geworfen, als ich dieses Ersatzteil dann schnell und dringend brauchte. Es ist schon praktisch. Amazon weiß aber eben auch, was es damit tut. Es versucht Prime eben auch zur Kundenbindung einzusetzen. Das soll da nicht verschwiegen werden. Das ist also auch nicht uneigennützig von Amazon, dass sie eben sagen, wir versuchen den Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft stärker an uns zu binden. Die weiteren Benefits sind eben tatsächlich dann das Prime Video. Ihr habt aber auch Amazon Prime Music. Das ist noch nicht das Music Unlimited, aber ihr habt da immerhin schon 2 Millionen Songs in bester Qualität zur Auswahl. Also wenn ich es mal ausprobiert habe, dann über die Alexa-Dienste, dann mal ein bisschen Musik spielen zu lassen, hatte ich eine riesengroße Auswahl. Auch der aktuellen Top-Titel oder meiner Lieblingssänger, da war immer was zur Auswahl vorhanden. Mit 2 Millionen Songs kommt man da schon eine ganze Ecke weit. Einer der wichtigsten Gründe wird aber für die meisten von euch sein, einfach auch den Streaming-Dienst von Prime Video nutzen zu können und die dortigen Angebote. Die haben in letzter Zeit auch immer bessere Serien und immer bessere Eigenproduktionen und Filme im Angebot. Aktuell sind einige Inhalte auf Prime Video hochinteressant. LOL mit Michael Bulli-Herbig sei da erwähnt. Das sind durchaus Highlights oder The Boys, kennen auch viele die Serie, die dort jetzt läuft. Jetzt soll Herr der Ringe kommen demnächst als Serie. Sicherlich auch für viele von euch sehr interessant und auch sonst. Also ich habe hier eine so große Vielfalt, dass ich also noch nie Langeweile gehabt habe. Eher umgedreht. Das, was auf meiner Watchlist draufsteht, das schaffe ich überhaupt nicht tatsächlich zu gucken. Komme nun dazu, denn das ganze Video soll ja jetzt heute ganz schnell sein. Schnell mal abgedreht und schnell für euch zur Verfügung gestellt. Bis zum 15.09. sind noch ein paar Tage, wo ihr noch reagieren könnt. Es ist so, dass alle Verträge, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt abgeschlossen werden, noch nach der alten Preisliste behandelt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt also monatlich ein Abo abschließt, dann würdet ihr jetzt noch für 7,99 Euro einen Monat bekommen. Wenn ihr das kostenlose Probeabo abschließt, das für einen Monat gilt, das verlinke ich euch auch mal unter dem Video, dann bekommt ihr einen Monat umsonst. Aus heutiger Sicht seid ihr damit bis Ende August, wenn ihr jetzt sofort das macht würdet, die Probemitgliedschaft, seid ihr erstmal bis Ende August kostenlos im Prime. Im Anschluss könnt ihr euch dann entsprechend auf ein kostenpflichtiges Abo dann committen. Und wenn ihr das dann nämlich noch bis zum 15.09. macht, dann habt ihr euch noch den alten Preis für ein volles Jahr gesichert. Wenn ihr also zum Beispiel am 13.09. noch ein Jahresabo abschließt, bekommt ihr das noch für 69 Euro abgeschlossen. Und erst zum 13. September 2023, wenn also die nächste Jahresgebühr dann fällig wird, erst dann werden die 89,90 Euro von euch dann abgezogen. Das ist also eine Möglichkeit, wie ihr jetzt noch schnell die alten Preise euch zumindest für ein Jahr sichern könnt. Wer bereits ein Abo abgeschlossen hat, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr seid monatlicher Zahler und zahlt derzeit noch 7,99 Euro. Dann könnt ihr jetzt natürlich die Zahlung auf jährliche Basis umstellen und auch damit euch nochmal die 69 Euro dann für ein weiteres Jahr sichern. Habt ihr bereits auf jährlicher Basis bisher bezahlt, dann ist diese Möglichkeit, euch die alten Preise noch für eine längere Zeit einzufrieren, leider beschränkt. Dann ist es nämlich so, dass sich die Umstellung daran orientiert, wann ihr euren nächsten Jahrestag der Zahlung habt. Das ist in meinem Fall Mitte März. Ich habe also ursprünglich mal im Mitte März mein Prime Abonnement abgeschlossen und damit habe ich jetzt die alten Preise noch bis Mitte März 2023. Bis dahin gilt meine letzte Zahlung, die auch schon lange erfolgt ist, nämlich im März diesen Jahres von 69 Euro. Und im März nächsten Jahres werde ich dann den erhöhten Preis dann auch für Prime Video zahlen müssen. Da kann man leider nichts anpassen. Da kann ich euch leider keinen Trick verraten. Wenn irgendjemand von euch da doch eine Idee hat, wie das auch für Jahreszahler noch gehen kann, bitte gerne in die Kommentare reingeben. Da bin ich gespannt auf eure Kommentare, was da eventuell sonst noch so alles geht. So, das war jetzt mal schnell abgedreht, denn mir war wichtig, dass ihr diese Info schnell bekommt, dass ihr dann auch entsprechend agieren könnt. Immerhin gibt es ja eben auch noch diesen kostenlosen Prime-Mitgliedschaftsmonat, den ihr jetzt aktuell noch nutzen könnt, den ihr mitnehmen könnt, um überhaupt erst mal für euch zu entscheiden. Macht das Sinn? Ist das Angebot bei Prime Video so interessant, dass ihr sagt, ja, ich möchte mir diesen alten Preis noch für ein Jahr einfrieren? Oder wenn ihr das eben nicht wollt, dann könnt ihr ja die kostenlose Probemitgliedschaft dann auch einfach dann zum Ende hin auslaufen lassen. Kümmert euch dann aber rechtzeitig darum, dass die sich dann nicht automatisch verlängert. Das könnt ihr ganz einfach in eurem Amazon-Account machen. Das ist gar kein Problem. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, hier auf meinem Kanal Travel With Me. Geht es überwiegend um Wohnmobilreisen oder Reisen in die große weite Welt hinein. Aber überwiegend ist das Wohnmobil hier mein Thema. Ich bastel auch gerne an meinem Wohnmobil und gebe dazu Tipps und Tricks ab. Es ist hier ein Pössl2win+. Hört auf den Namen Das Schwarze Schaf. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.